Ja hallo, Back & Koch mit Stefan. Ich vom Kölner Dom aus wünsche euch einen guten Rutsch und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2018. Viel Spaß, feiert schön. Ich feiere jetzt auch noch ein bisschen hier in Köln. Bis dann, wir sehen uns im neuen Jahr mit neuen Rezepten und neuen Videos wieder. Tschüssi.